hallo liebe freunde und willkommen zu einer folge von let's play leech of legends vor season auf nach gold ja wir sind im zweitletzten game vor der neuen season wir spielen top late mit knar gegen darius ja ich gehe heute mal wieder auf ich gehe mal jetzt auf die angriffsvariante gegen den darius aber ich hoffe dass es bisschen besser klappt gegen darius ja mal gucken wie es wird ich hoffe ich fiel dir nicht so doll das ist erstmal alles gut im jungle haben wir bei gegen den listen schon krass also wenn er nicht gut spielt haben wir schlechte karten so weil es halt auch gut ich finde es witzig dass wir fast das gleiche haben in der mitte haben wir die 1 akali gegen kata das ist ein krasses matchup so karl gegen kata ist schon ich glaube die akali verliert aber gegen die kata ja dann haben wir auf der botlane eine vein gegen morgenna ja Ja, gg würde ich sagen, oder? Ich komme ein bisschen schneller her Geben, wie er sich die Gugge Und ich glaube, dass ich ihn aufger Amazon habe Ich möchte nur noch sein, oder? Ja, das ist gut Boi Also, wenn ich zurückzie παrechne dem, genau wie ich finde, ist es doch Spaß ach ja meine familie kürze mit namen mal wieder ausspielen macht er mir so viel damage das ist ja gar nicht witzig ach scheiße natürlich mann scheiße hier kriegt die krise es nervt mich jetzt schon richtig gut war mit level 32 ich habe acht fahren läuft ich hätte damit rechnen müssen dass der entsteht jetzt 20 das game is over warum macht er mir so viel damage macht überhaupt keinen sinn er tötet mich mit einer kombo das ist total lächerlich dieser champion warum haben die den so krass gemacht man die krise bekomme ich endlich in griff das ist so lächerlich die haben ihn jetzt noch stärker gemacht der darius war ja schon immer stark jetzt haben die den noch stärker gemacht weil er ja angeblich nicht gut war so weil er hier tödlichkeitsfaktoren oder so was raus näher was das andere rausfällt das ist totaler bullshit das kannst du gar nicht mehr gegen den spiel werde ich einfach fertig war da 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 Bitte, 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 holy shit! Ja, das war wieder so'n scheiß Fuck-Game, Mann, ey, krieg's schon wieder Krise, wo du so denkst, ja, Botlane gewinnt nicht, äh, Mitte gewinnt nicht, und Jungle kann nischt machen, weil alle gefeadet sind, Spaß, äh, ich wies doch nicht mal, ob die jetzt, ob unsere Akali vor Katharina gepickt hat, ja, das weiß ich, dass ich nicht am Game teilnehmen kann, einfach weil ich out of the game bin, wiss ich aber, Ich bin doch nicht mal Level 6, fällt mir grade auf Achso, na ne, ist klar Ich komm gleich hochheilen, ey, läuft richtig gut Ich hab keine Ahne, ey, ich wies nicht, warum das Leute macht Achso, ey, der Flash dafür Oh, nice, okay, ohne Schmarrer Ja, halt, mit dem, mit dem Q-Flash, so, ist halt, over Ja, äh, oh, appala Aber einfach surrendern Das ist einfach over Für mich jetzt schon, der Darius steht jetzt 1,02, ja Ich bin einfach nicht existent in dem Game, egal, selbst wenn ich jetzt eine Rüstung bauen würde, ja Würde mir das nichts bringen, weil der Darius ist ja eh schon weiter vorne Der hat schon, der hat Power, äh, Fage fertig Ist over Und der hat mein Tower oben fast weg Und ich hab den Jungler noch nicht einmal gesehen, der war einmal da Braucht hier oben oben mal Hilfe, oh shit Und der wird halt unter dem Tower gefickt, so Jo 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 Darus tötet mich mit fünf Schlägen. Ich bin doch nicht mal Level 6. Ich kann das auch nicht defend, weil da hilft mir auch keiner. Hauptsache, die gehen runter. So. So, ich kann das auch nicht sagen. es ist mehr oder nicht meiner ich stehe halt oben ganz alleine gegen den fucking darius und die helfen mir nicht die sehns nicht ein dass mir mal einer hilft so ist totaler bullshit da musst du dir mal überlegen was geht denn in den köpfen von den leuten vor die sich so denken ja das war die genau um alleine kriegt ja die krise wenn ich sowas dazu sehr sind halt alle scheiße so jetzt mal ohne spaß ich weiß ich bin kacke ja jetzt war aber es gewinnt halt auch keine andere lane so wo man mal sagen könnte ja gut die bot lane wenn die jetzt gefeedet werden würde die das locker gegen den darin schaffen aber tut sie nicht mal ohne was soll ich da machen Das war's für heute. Das ist sowas von egal, was ich, äh, ich kann einfach nicht gegen eine Darius mit nachspielen. Und ich hab noch keinen Champion gefunden, mit dem ich gegen Darius spielen kann. So, vor allen Dingen, weil der jetzt komplett neu gemacht wurde halt. Der ist halt viel stärker am Early-Game. Hab mal gesehen, der hat mich... Er hat mich einfach zerstört. Oh, mach ich eigentlich mit B-Horst. Oh, okay. Oh Gott, der kommt natürlich hoch. Er kommt nicht hoch. Kannst du ruhig bleiben. Jetzt kommt er hoch. Oh Gott. Tschüss. Er kommt nicht hoch. Scheiße. Oh. 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 Mach halt ich gar nichts mehr. Die Tower ist halt weg. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Nein, wie habe ich jetzt erwartet? Oh Gott. Oh Gott. Never ever. Ich war drüben. Ich war drüben. Das hat man gesehen. Das hat man gesehen, dass ich drüben war. Ja. Und er hat es geschafft. Mich. Das ist lächerlich. Und dass das mir passiert, ist noch lächerlicher. Dass ich so scheiße bin. Ja, das ist normal. Aber egal. Ich hab noch Bock das Game zu spielen, ey. Ich stehe nicht. Du weißt. Am Bau von 2.50. Ich hab er jetzt die Mitte. Das ist schon nicht ehrlich. Ja. 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 Schöpfen Ich bin der Lord. Just... Ha ha haaa Deleted Oh Gott. Tschüss. Bitte gib auf. Jetzt wird er weggehen. Erstmal schnell weg. Weg. Achso, ich habe immer noch nicht genug Geld dafür. Naja. Ah. ich carry das ich carry das, Junge natürlich nicht wie viel Gold ich gerade bekommen habe aber das ist doch schön können wir uns das holen jetzt kann ich mir Rüstung holen müssen leben oh Gott boah das sieht geil aus aber den chillt hervor mal gerne sieht schon sieht schon nice aus muss ich schon mal sagen hier haben wir sogar eine Chance zu gewinnen ah verpasst euch mal hier ah ah ok die macht ja einfach fett ja jetzt ist es auch nicht das wird die Eier ne holy shit ist der so lächerlich oh zack holy shit ich hätte es einfach nicht, dass wir das noch gewinnen können ja ok, ab sofort surrender ich auch nicht mehr äh, erst mal das surrender ne halt 1 reicht ja na ja 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 So, wir haben tatsächlich Barrel gemacht, Alter. Holy shit. Das muss man sich mal überlegen. Okay, die waren da. Das ist ein bisschen scheiße, dass ich hier oben jetzt schon alleine bin eigentlich. Ich würde ja halt schon gerne mal den Top Tower machen, aber ich glaube, das bekomme ich halt nicht hin. Ich würde ja halt schon mal den Top Tower machen. Oh, fuck you. Oh, shit. Oh, shit. Achso, das stimmt, wir fallen, ich wollte kurz sagen, was steht denn da, da sind zwei Farben. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh Gott, Alter, das hat eigentlich Sinn, macht so viel Damage. Bisschen dumm von mir da reinzugehen. Das war das Game-Throw. Ja, der Sauber. 8 Sekunden. Ah, der könnte noch klappen, der könnte man noch schaffen, die sind nicht so schnell. Das war alles zerstört. Das ist einfach nur lächerlich, ey, dass ich nicht zerstört werde. Alter Vater, ey. Okay, ich hab mit ob keine Resistenzen, obwohl, naja. Der Alicent macht mir halt mega viel Damage, sowas hier total lächerliches. Das war's. Juh, läuft richtig gut, wa? Ach, wenn da drin stand, war schon witzig. Oh, okay. Oh, Gott. Fuck. Fuck, ich hab die gestunt, holy shit. Da kann ich nicht mehr angreifen. Ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Ja, gut. War nicht so premium. Gebe ich selbst zu. Braucht man jetzt aber nicht aus. Nein, nein, nein. Sei leiser. Irgendein Stufe 5. Ich bin nun allererste Sahne. Ja, nice. Allererste Sahne ist doch schön. Gott. Wir werden 19 Punkte abgezogen. Holy shit, ey. Das ist ja lächerlich. Ich weiß, dass meine MMR macht scheiße. Haben auch alle mehr Schaden gemacht als ich. Gut. Maskkontrollwertung. Mega scheiße. 19. Nächste Schärf. Sichtwertung. Auch zweitbester. Ne drittbester. Egal. Komm. Nimm uns in der nächste Folge wieder. Das wird dann die letzte sein. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Und tschüss. Bis dahin. Bis dahin.